Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre ich's meinem Kind? Was Hormone sind und was sie alles können. Alles. Von Johanna Kuruczyk. Die ältere Schwester ist seit neuestem immer schlecht gelaunt. Der Vater brüllt beim Fußballschauen den Fernseher an. Als die Mutter schwanger war, hat sie ständig ganz ohne Grund geweint. Und an all dem Ärger, so hört man es immer wieder, sollen sie schuld sein. Die Hormone. In der Schwangerschaft spielen sie angeblich eine große Rolle, in der Pubertät sowieso. Und das Sexualhormon Testosteron soll schuld sein, dass selbst Väter sich manchmal wie Raufbolde benehmen. Doch Hormone können noch viel mehr. Tatsächlich gibt es so gut wie keinen Bereich unseres Körpers, der nicht von ihnen gesteuert wird. Manche sorgen dafür, dass wir ruhig einschlafen können, dass Umarmungen ein wohliges Gefühl erzeugen oder dass wir nicht ständig pinkeln müssen. Was ist das eigentlich, ein Hormon? Und wie funktionieren diese mysteriösen Alleskönner? Einfach ausgedrückt, Hormone sind die biochemischen Boten in unserem Körper. Wenn dieser eine Fabrik wäre, würden sie durch die Gänge flitzen und Befehle von der einen Abteilung zur anderen überbringen und dafür sorgen, dass der Betrieb am Laufen bleibt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich ihr Namensgeber, der englische Professor für Physiologie Ernest Starling, am University College in London von dem altgriechischen Ausdruck für Antreiben zu dem Namen Hormone inspirieren lassen, als er im Jahr 1905 in Vorlesungen von seinen Experimenten berichtete. Er hat damals einen Stoff entdeckt, der die Bauchspeicheldrüse dazu brachte, massig Flüssigkeit zu produzieren. Nun ist die Bauchspeicheldrüse nicht gerade das berühmteste aller Organe. Jeder kennt das Herz und die Lunge, aber den Pankreas? Trotzdem ist er enorm wichtig. Er produziert Substanzen, die wir brauchen, um aus der Nahrung Energie zu gewinnen. Das allererste bekannte Hormon, das Starling damals mitentdeckt hat, ist das Sekretin. Doch mittlerweile wurden noch mehr als 100 weitere menschliche Hormone entdeckt. Fast alle Aspekte des Lebens werden von Hormonen gesteuert. Die Atmung, der Herzschlag, der Schlaf, aber auch, wie gestresst wir sind und wie glücklich. Sie sind ganz unterschiedlich aufgebaut. Manche bestehen aus Eiweißen, andere gehören zu den sogenannten Steroiden. Hormone sind sehr klein, viel winziger als eine menschliche Zelle und werden meist von sogenannten Drüsen ins Blut abgegeben. Das Prinzip von Drüsen kennt eigentlich jeder. Wie unsere Speicheldrüsen im Mund Spucke produzieren, wenn wir etwas Leckeres riechen, gibt es im ganzen Körper Drüsen, die, wenn nötig, bestimmte Stoffe herstellen. Manche Hormone werden in unserer Nebennierenrinde produziert, andere in unserer Schilddrüse und besonders viele in unserem Gehirn. Im Denkorgan sind drei Regionen mit komplizierten Namen besonders wichtig. Der Hypothalamus, der Hypophysen-Hinterlappen und die Hirnanhangdrüse. Beispielsweise wird das Wachstumshormon im Gehirn produziert, das dann an den Knochen das Wachstum anregt. Oder ein Hormon, das dafür sorgt, dass die Niere genügend Flüssigkeit im Blut behält und wir nicht ständig auf die Toilette müssen. Zur Vollständigkeit, es gibt auch Hormone, die im Gewebe produziert werden, aber die reisen dann nicht durch den ganzen Körper, sondern übermitteln nur den Nachbarzellen eine Botschaft. Die Hormone, die weitere Strecken im Körper zurücklegen, rauschen durch die Blutgefäße zu ihrem Zielort. An der jeweiligen Zelle docken sie an eine Struktur an, ein Protein, das man Rezeptor nennt. Hormone sind Spezialisten. Sie wirken nur an Orten, wo sie an ihren Rezeptor binden können. Wie der Schlüssel in die Haustür, passt das jeweilige Hormon in genau diesen Rezeptor. Durch diese Verbindung werden in der Zelle die entscheidenden Prozesse gestartet. Welche genau das sind, das hängt von dem Zielgewebe und dem Hormon ab. So schlägt das berühmte Stresshormon Adrenalin aus der Nebennierenrinde in unserem ganzen Körperalarm, wenn wir uns bedroht fühlen. Der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller, die Muskeln werden stärker durchblutet. Das alles macht uns bereit für den Kampf oder gibt uns die Kraft wegzurennen. Das hat in der Steinzeit Sinn ergeben, wenn der Mensch gegen wilde Tiere oder Feinde gekämpft hat. Doch in der Schule oder am Arbeitsplatz ist der Stressrausch weniger von Vorteil. Manche Hormone haben besonders spannende Wirkungen. Oxytocin wird etwa als Kuschelhormon bezeichnet. Es wird ausgeschüttet, wenn man Menschen umarmt, die man sehr gerne mag. Es ist besonders aktiv bei Müttern, die sich um ihr Baby kümmern. Es gibt auch ein Einschlafhormon, das Melatonin. Es wird gebildet, wenn die Augen merken, dass es dunkel wird. Sie senden ein Signal an das Gehirn und das schickt dann Melatonin in die Blutbahn. Das übermittelt dann überall im Körper die Botschaft, es ist Schlafenszeit. Damit dieser Mechanismus funktioniert, sollte man vor dem Schlafen gehen nicht auf helle Bildschirme schauen. Zu viel Licht. Manche Hormone sind nur in einer bestimmten Lebensphase aktiv. Die Pubertät ist eine Zeit, in der sich alles verändert, besonders der Körper. Es sprießen Pickel und Haare unter den Armen. Mädchen kriegen ihre Monatsblutung und Jungs eine kratzige Stimme. Das alles ist den Sexualhormonen zu verdanken. Bei Mädchen produzieren die Eierstöcke das weibliche Sexualhormon Östrogen. Bei Jungs stellen die Hoden Testosteron her. Wenn in den vielen unterschiedlichen Hormonkreisläufen etwas schief geht, dann kann der Körper nicht mehr richtig funktionieren. Eine schwere Krankheit, die schon im Kindesalter auffällt, ist etwa Diabetes Typ 1. Dabei greift das eigene Immunsystem die Bauchspeicheldrüse an, den eingangs erwähnten Pankreas. Der kann dann nicht mehr genug Insulin herstellen, ein besonders wichtiges Hormon. Wenn wir essen, geht die Energie aus der Nahrung in unser Blut über, als Glucose. Der Blutzucker steigt. Doch die Energie kann aus dem Blut nur mit Hilfe von Insulin in die Körperzellen gelangen, wo sie ja gebraucht wird. Bei Menschen, denen es an Insulin fehlt, kriegen die Zellen nicht genug Energie, während im Blut zu viel Zucker rumschwirrt. Sie können ohnmächtig werden oder sogar sterben. Darum müssen sie sich als Ersatz Insulin spritzen und genau darauf achten, was sie essen. Bei ihnen bestimmen die Hormone also ganz offensichtlich ihren Alltag. Doch auch Gesunde können die Wirkung dieser Botenstoffe jeden Tag spüren, wenn sie nur darauf achten. Das nächste Mal, wenn man wütend wird, weiß man, warum das Herz schneller schlägt und man die Zähne zusammenbeißt. Adrenalin ist am Werk. Und man kann die Eltern besser verstehen, die sagen, kein Handy mehr vorm Schlafen gehen. Vermutlich lässt sich sogar beides, der Herzschlag und die Einschlafstörung, zusammen testen.